malzeit und willkommen liebe heavy metal und rock freunde heute insbesondere freunde des soft power metals ja oder wie tobi sammet sagt pussy metal denn genau das soll es heute gehen ich habe sie hier in der hand letzte woche ist sie rausgekommen die neue avantagia die moon glow von avantagia was ist zu dem album zu sagen erstmal so grundsätzlich das album verlässt erst einmal dieses jahres story konzept was auf vielen der vorgänger alben wirklich genutzt wurde da sei nur so als beispiel gesagt natürlich ametasia metal opera mit seiner story und natürlich die scarecrow triologie mit ihrer grandiosen story das wird dieses mal so ein bisschen aufgeweicht aber trotzdem geht es um etwas in diesem album in einem anderen interview beschrieben tobi dass das ist in diesem fall um ja eine kreatur geht die ja in dieser welt in der sie jetzt gerade lebt irgendwo keinen platz findet weil da nur irgendwie so die schön die starken und die reichen zählen daher flüchtet diese kreatur dann halt in ihre eigene welt erstmal in die dunkelheit und in der dunkelheit erschafft sie dann halt ihre eigene welt wo ja dann sozusagen über einzelne songs dann halt von der kreatur oder über die kreatur mit erzählt wird und das wird irgendwo auch in dem untertitel zu moon glowing ja ziemlich deutlich denn der untertitel des albums heißt the narratives of a misplaced entity ich weiß nicht wo man es da jetzt hier so sehen kann ihr seht dann auch schon nicht nur die trackliste es finden sich zwölf tracks auf diesem album es kommt auf stolze 70 minuten und was ich ehrlich sage schon jetzt ein bisschen gespoilert vorweg das album es kommt mir nicht wie 70 minuten vor es ist wirklich sehr sehr kurzweilig man denkt sie nach den 70 minuten wirklich schon vorbei und ich überlege dann habe ich gerade gesagt zwölf titel das ist jetzt nicht ganz richtig auf der standard version des albums sind halt elf titel drauf zwölf sind dann halt dieser digibook pack edition da sind zwölf titel drauf da gibt es nämlich noch so diesen bonus song so die songs aber gleich einzeln auch immer schon was gastkünstler kann man schon irgendwie bei avantagen ja noch von gastkünstlern sprechen ich glaube eigentlich nicht es gibt so einige leute die gehören wirklich zum stamm repertoir allerdings fehlt fehlen dieses mal auch irgendwie ein paar namen das heißt es gibt also auch wirklich abwechslung aber es gibt auch irgendwo so einen namen wo man sagt wie der wie jetzt nicht so der tolle auswendiglerner deswegen lese ich jetzt einfach mal so stumpf von den musikern erst mal von den sängern vor wen ihr darauf finden werdet zum einen natürlich hansi kirsch bekannt aus blind guardian da gab es ja auch schon dieses großartige video mit ihm zu dieses lyric video dann natürlich wieder mal dabei mit ronnie atkins john lande und dann halt eine wirkliche überraschung wo man sagt wie passt der überhaupt da rein aber er passt wunderbar mit in den song an dem er mitgearbeitet hat mille petrozza unser deutscher thrash king dann für den weiblichen part dieses mal und da sage ich jetzt wenig dann dieses mal dann hat mir darauf auch mal album wirklich vermisse ist irgendwo dann irgendwie amanda samerville die ja irgendwie ja auch auf tour und alles wirklich oft mit dabei war eigentlich meistens mit dabei war die ist dieses mal nicht mit vertreten dann job tate eric martin von mr big bob catley regnum darf natürlich auch nicht fehlen und natürlich der michi kiske last but not least nicht dieses mal auf der täglich allerdings nicht dabei der macht irgendwo so eine kleine pause kleine auszeit er hat er irgendwo mit halloween auch schon ziemlich gas gegeben sei ihm also gegönnt so den anderen küssler wäre es natürlich unfair wenn die jetzt irgendwo nicht genannt werden würden allerdings irgendwie bin ich natürlich irgendwie jetzt auch zu faul irgendwie wieder alle vorzulesen darum machen wir das jetzt mal so kommen jetzt zu den elf songs beziehungsweise auch zum zwölften song bei der bonus variante und die schauen wir uns jetzt mal alle im einzelnen an wie das so zueinander passt ghost in the moon ist ein kraftvoller opener der gleich ja kraftvoll aber trotzdem gefühlvoll nach vorne geht und zeigt ja evan tager ist back evan tager haut hier wieder richtig rein das einzige manko was ich an dem song irgendwo habe ist ja der anfang der wirkt so ein bisschen abgehackt der wird so ganz kurz nur von tobi irgendwo angesungen allerdings fühlt sich das so ein bisschen an als hätten sie irgendwie nicht irgendwie so eine halbe sekunde vorlauf gegeben damit da irgendwie so alles von der stimme reinkommen sondern es wirkt sehr abgeschnitten tut aber dem song insgesamt überhaupt keinen abruf es hat nur ein holpriger start er war öfter bei der natasha songs song zwei book of shadows ein kurzer song war aber unheimlich viele leute daran beteiligt sind neben tobi sind dann mit mille ronnie atkins hansi kirsch und john lande mit von der partie also fünf leute in fünf minuten ist etwas dunkler gehalten ein bisschen düsterer naja düsterer ist vielleicht ein bisschen übertrieben auch schon ein bisschen dunkler gehalten als der vorgänger aber geht auch wieder ja gut nach vorne als drittes kommt moonlight eine gefühlvolle power ballade zusammen mit in kennissen bleibt nichts weiter zu sagen die beiden wissen echt was sie tun ja das tun sie als nächstes der wahrscheinlich längste titel des albums mit über elf minuten the raven child ein duett mit hansi kirsch dieser song ist wie ich finde monumentaler dreh und angelpunkt des albums denn es ist alles dritten von anfänglich wirklich leichte gefühl hafen bis hin zum momental epischen orchestralen einspielung ist in diesem song alles drin das ist ein richtiger kracher man kann wirklich sagen blind guardian trifft auf eventasia top song auf 5 starlight ein schönes power stück das auch wieder ja richtig abgeht macht spaß zu hören invincible hingegen kommt etwas ja melancholisch daher was dann aber später so ein bisschen in romantik abgleitet als nächstes kommt alchemy der song geht wirklich sehr düster sehr bedrohlich los und er wechselt dann immer hin und her zwischen bedrohlichkeit melancholie und auch eine prise romantik ist mit drin aber wirklich sehr sehr vielseitig macht auch schon irgendwo auf seine gewisse art und weise zu hören schon spaß es ist geschmackssache so ein bisschen das nächste längere stück ist the piper at the gates of dawn es hat sehr sehr verspielten start ist aber am ende wirklich ein ganz typischer eventischer power metal song levenda ist ein sehr straighter power metal song der wirklich auch als duett gehalten ist und wirklich gute laune verbreitet dasselbe kann man eigentlich auch über den zehnten titel sagen requiem for a dream jetzt kann man sich streiten vom prinzip her hätte das album meiner meinung nach an dieser stelle abgeschlossen werden können es kommt aber noch der elfte titel der ein cover ist nämlich maniac aus dem film flash dance der song ist dynamisch der song macht spaß aber passt er so auf dieses album als wesentlicher teil des albums ich finde er nicht stattdessen sprechen wir jetzt mal über den zwölften bonus titel des digipacks nämlich beharrt hat ist auf dem jahren die tagt ein wirklich gefühlvoller abschluss eines großartigen albums hat es ein tragender und melodischer song und da sind wir jetzt irgendwo dabei dass ich sage ich persönlich hätte maniac gegen hart von der reihenfolge getauscht und maniac als bonus song genommen denn hart passt weitaus besser wirklich so in die idee des albums mit hinein sagen das muss natürlich jetzt nicht story weil es gibt ja dieses mal keine story sondern wirklich nur diese gefühle die diese wesenheit irgendwo erlebt in seiner welt und das da wäre hart ein besserer abschluss gewesen definitiv ja wo sind wir jetzt hier bei diesem album was immer unfair ist irgendwie die alben mit anderen alben zu vergleichen also kein album irgendwie von eventasia lässt sich miteinander vergleichen die haben alle irgendwo eigene karakteristika und ich habe mich auch wieder hier ja bemühen und ich glaube ich habe es auch geschafft hier wieder ein objektives urteil zu fällen von mir gibt es auf dieses album ja achteinhalb von zehn punkten das bedeutet die sind bei einer zwei und ich finde das ist auch wirklich ein gerechtes urteils müssen jetzt so aus und in meiner gedankenwelt das album macht spaß man kann es im auto reintun man kann es bei der arbeit hören man kann es zu hause hören wird man irgendwie putzt oder irgendwie kocht es macht spaß holt euch das ding meinetwegen wenn ihr möchtet ich verlinke es euch unten in den links er verlinkt wieder in den links ja er verlinkt wieder in den links in dem sinne vielen dank dass ihr dabei wart wenn es euch gefallen hat schaltet nächste woche wieder ein bis dahin stay heavy imk